Was ist eigentlich ein Server? Ein Server meistert ein Computer mit besonders leistungsfähiger Ausstattung, fungiert als Diener, stellt also Daten bereit und ermöglicht die Verbindung der Client-Computer über ihn. Er verwaltet alle Mitglieder im Netz. Diese Mitglieder, auch Clients genannt, können Computer, aber auch Drucker oder Speichermedien sein. Nur Computer, die hohe Arbeitsgeschwindigkeit und ein großes Speichervolumen bieten, werden sinnvollerweise als Server eingesetzt. Server haben verschiedene Aufgaben, die sich wie hier ersichtlich unterscheiden lassen. Ein Druckerserver stellt Druckdienste zur Verfügung, nimmt Aufträge an und sendet sie in geplanter Reihenfolge zum Drucker. Ein Fileserver fungiert als Datenspeicher und Verwalter. Ein Mail-Server stellt die nötigen Dienste zur Verfügung, um einen Informationsaustausch über E-Mails zu ermöglichen. Der Web-Server schließlich speichert Websites, die dann von anderen Computern über sogenannte Browser abgerufen werden können. Ein Filesver Then Der Web-Server dann Die Dienste Der Web-Server dann Untertitelung des ZDF, 2020